Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu Sandoval Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und wir machen jetzt genau da weiter, wo es letztes Mal aufgehört hat. Viel Spaß! Ich würde mal sagen, der wahre Feind wurde gefunden. Interessant, die kämpfen jetzt offenbar mit uns, die vorher uns verprügelt haben. Der hat aber auch so ein interessantes Design, der Dude. Komm, hau ihn um! Er ist an Ohnmacht gefallen, die ist unsere Chance. Der ist uns wahrscheinlich sowas von über. Er hat doch Power ohne Ende, der Dude. Der hat gerade eben einfach die Maschine rumgeworfen wie sonst was. Und ich sagte doch, Mamba ist jemand, der darauf prädestiniert ist, zu sterben. Wenn ich den nicht mal ansatzweise anpassen konnte, das war schon so ein Ruf dafür. Okay, weil er halt nicht in Ohnmacht. Wie auch immer ich dich von hier hinten getroffen habe. Ich möchte sie von da hinten treffen, aber direkt neben ihm nicht mehr. Komm, Lance, hau ihn um! Mensch, du hattest einen Job! Zack! Wieder sehr guter Schaden. Er ist fast down. Komm, komm, ein guter Hit noch! Hey, bring it! Persistent, aren't you? Ah! Ah! Uh, danke für das. Wenn du mich verletzt hast, vielleicht kannst du aufstehen! Wir müssen ihn zusammenbauen, oder wir sind in die Mugs! Geh weg! Du hast mich gerade geblieben! Der NERVE auf diesen Mann! Tragen kann, der! Start working! Work! If you don't start up soon... Toads, kid! And the world! That's what I'm talking about! Looks like it wasn't all for nothing! One down to start! Two for one! Ah! It's not over yet! Ah! 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 Ohseah! Really? Miyami! This is all... Such a waste! Miyoh! Is that why you're here? For recognition! Miyoh! Ich war nur für einen Trailer. Du hast nichts zu entschuldigen, Mio. Take this. Ich gebe dir mein ganzes Selbst. Bitte, lebe Leben in meinem Staten. Mio und ich! Für jetzt, einfach run! Run mit all den Bremsen, die du hast! Wir können uns selbst beziehen! Stopp schreien! Es wird nichts verändern! Europe! Europe! Was habe ich gerade... ...dass ich... ...dass mich? Was? Was ist das? 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 Was? Wie sind wir im Staten? We're inside. Hold on. Are we? Well, you sure catch up quick. So, you've got yourselves an intellect, huh? Huh? Guess I've got to give the old fulks when it wears, do you? Uh, intellect. Well, whatever. That fulks you just merged into, it's called Ouroboros. See adapt to the skulls. Ouroboros? Oh, and... Me? I'm Mobius. We look a bit alike, don't we? When Kelis and Agnes come together in unity, you're practically one step away from being on the same level as us. So weird. What a being. Ah, to put it bluntly, you're failures. Fact is, the two of us are mortal enemies. Enemies. You got the picture? No further questions? Then let's get back on the dance floor. Geilo? Äh, das nennt man dann mal, äh, äh, Fusion, ne? Ohohohoho, okay. Das ist mega cool. Hahaha. Jetzt mach ich dich fertig. Hohohohoho, geilo. Äh, ich hab das übrigens wahrscheinlich jetzt schon in zwei Teile gespalten, in dem Part hier. Weiß ich jetzt schon. Ey, das hier echt lang geht heute, bei der Aufnahme. Tja, Mobius, ich mach dich fertig. Das ist geil, ich kann meine Attacken einfach rein spammen. Autschen. Zaaack. Bei dir hab ich keine Angst. Ich mach dich einfach fertig. Ob das für, äh, Frieden zwischen diesen beiden Kolonien herrschen wird, weiß es nicht. Eins ist klar, Mobius kriegt auf die Nase. Das ist gut. Ja, hoher. Ich hab sie verstanden. Aufnahme. Ich hab sie verstanden. Ja. Ja? Wer zu sprechen? Keine Ahnung. Aber... Das ist ein Geschenk für dich. Keine Ahnung, es gibt viele Sachen. Und jetzt wird der ganze Welt sein sein. Ich frage mich, wie deine Leben sein wird. Ich freue mich, dich zu sehen. Wer war das? Wer war das? W- outlines nur noch in der Köl kissen. W-u- ... Was ist die Leute vorhin? Milo, was ist hier passiert? Was CORESEN? Ich denke nicht... Et Lynn dort sagen. Schöglichen sie kennen. Ihrtımbe deinen Schieden. Du bist nicht all die handeln. Napsal mir? Jetzt. Wir sind nicht? Dann... Danke. Oh. 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 His skin's all wrinkled. Yeah. Haha. It's called getting old, this? Old? Well. Must be your first time, huh? Seeing a human, like me, I mean. Well, then. Looks like my plan was a success. What plan? You six. You're now Ouroboros. Check the flame clocks in your irises. Do they look different to you? Oh. Now you mention it. Our flame clocks have changed shape. You said, that's the Ouroboros ring. Guess I did good, entrusting this power to you. That mark there. Late tenth term, eh? Three months left. Till your homecoming. Then about right? Hmm. As for the rest of you, you're probably about two years off, right? Ah. Ah. Me. I've been alive sixty years. Or should I say, sixty terms, by your counting. Yeah. I've been alive six times longer than you lot. This is how people are really meant to be. Listen, folks. That's not all. There's still something else that needs to be done. You guys. You wanna survive. Live on. Hold the torch. You kids don't need to be fighting each other. Not anymore. But, that doesn't mean you get to relax. From this moment on, those Mobius bastards are never gonna leave you alone. Because now, kids, you share a common destiny. They'll hunt you constantly. Relentlessly, without rest. Even so, there's one place that might give you a chance. Sword March. The land pierced by a great sword. You gotta find our hope. Our city. It's the only way you're gonna defeat the real enemy. And reclaim what was lost. The way the world and life should be. And listen. Don't give up. Ten years. You kids deserve better. The only thing that can change all this is the will of Ouroboros. You kids and you alone. You kids. You kids. Is she? Yeah. An Agnian officer. And then. I will see you. We are calling out to you. I will wa into you. That is very nice. Some truth. The land pierced byάν. I will get to you. I will be mad to you. I will be mad. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Genau. Wir sind weg. Noah, Uni. Was ist passiert? Die Mission ist vorbei. Wir haben eine Obligation. Wir müssen die Sitch informieren. Wie wir. Es ist Zeit, Mio, Senna. Huh? Aber... Aber was? Komm schon, Taion, nicht verrückt. Es ist gar nicht die Zeit für Pleasantries. Wir haben ein sehr viele von unseren Comräten. Wir müssen uns informieren, die noch in der Kolonie. Und wir sind nicht anders? Wenn die Snuf-Heads nicht gekommen sind? Ja. Also, warum nicht wir das hier, jetzt? Ja? Bring es. Ich denke, ich könnte für ein Payback gehen. Lanz. Ja? Das ist genug. Was meinst du? Es ist kein Problem. Seriously?! Ich hab es nicht... Es wurde so einen Teil, als ich und ich verabschiedet wurde. Ich fühlte meine Gedanken. Ich fühle mich, oder vielleicht meineощ certificates. Es wurde so ganz viele... Und dann war sie ein Teil von mir. Es waren so viele sehr viele Fragments. Es war schwer, die sie abzuschließen. Aber dann auch ich. Sie entfügt. Sie hat sich viel zu haben, Sie hat uns verletzt. Sie hat uns viel geschehen. Sie hat so viel gedreht. Sie hat viel Gräufe erlebt. Transformed? Du meinst für Biggen? Ja. Ich fühle mich das auch. Ihre Gräufe. Es war wie meine. Ja, aber... Und in einer dieser Erinnerung... Mio. Es ist etwas, das könnte unsere Schuld sein. Das ist wie es, in der Krieg, glaube ich. Ich glaube. Also, was ist der Plan von hier? Es ist ein Kind genug, um sich zu zeigen. Aber wir müssen wiederholen, wenn wir diese Draggen gehen. Ja, ja, ja. Die Zeit hat sich verletzt. Du bist richtig. Los geht's. Ein viel passiert, aber das ist besser. Du hast die richtige Entscheidung, Lanz. Entschuldigung. Für die Dinge verwirklichen. Nein, keine Angst. Nein, keine Angst. Mio. 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 Echt? Mio. Das ist entscheidende als respecto. Das ist der Terror. Ich komme dieses Besuchs. Die veterans haben movinge. Nein, nur сл äh. Wir haben gesetzt aus. Bedeutung ist unser Besachet. movedv Worldsbereich Das ist viel, ne? Ich will mal kurz eine Frage stellen. Wo zum Geier kam der andere No-Porn auf einmal her? Den habe ich vorher gar nicht gesehen. Also eine Fusion finde ich schon merkwürdig. Aus heiterem Himmel. Aber ich denke mal, die drei, die wir gerade bekämpft haben, die werden später Teammitglieder. Ah, jetzt steuere ich Juni. Wie Heiler kämpfen. Ich wusste doch, irgendwann kann ich die Charaktere wechseln. Und endlich mal wird der Heiler auch mal was Anständiges machen. Ah, die sind jetzt von den Zwängen der Flammenuhr befreit dadurch. So, hier machen wir dann jetzt aber auch wirklich für heute Schluss. Ich finde, das ging jetzt ein bisschen lange. Also, ich habe den Part bestimmt irgendwo in zwei Parts unterteilt. Will ich mich dann auf jeden Fall für den Cliffhanger unten entschuldigen, der irgendwo da entstanden ist. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.